Hallihallo Leute, ich bin's wieder und ja, ich hab jetzt schon ne Weile COD 2 jetzt nicht mehr gespielt, aber die Mission wird echt beschissen, ich kann's euch jetzt schon sagen, weil, ähm, naja, man lese, man lest einfach mal das hier, diverse Minenfelder, Stacheldraathindernisse und MG-Nester, super, hört sich toll an. Dann denk mal nach, Junge, haha, ob das so gut ist? Wieso renne ich da allein hoch? Ich bin viel schneller wie ich, das finde ich nicht in Ordnung. Stimmt's in Minenfelder? Oh, verdammte Scheiße. Einfach so im Zickzack-Laufenden passt das schon. What? Welche Rucksack? Ach, Rauchbandorten, Entschuldigung. Los, los, los. Okay, wieso habe ich ne Pistole? Wir nutzen die Rucksack-Ladung an der Tür! Schnell! Oh. Oh, oh. Pff, ich hab schon wieder ne Rucksack-Ladung. What the fuck? Zwei Granaten sind rausgeflogen. Und der bleibt stehen dir vor, du weißt. Hat ein Arschloch. Hey, wieso schmeißt du noch mehr hier rein? Ist der im Polen oder so? Au! Das war der. Stirb, stirb, stirb! Bam! Ähm, hier noch einer? Ne. Okidoki. Alles gesichert. Go, go, go. Raus hier. Und jetzt hier noch. Und das haben die anderen geklärt. Hier, okay. Okay. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Sergeant Rendo, was geht ab? Mein alter Kumpel. Die rücken einfach mal vor. Zu zweit. Oh, Entschuldigung. Private Burner. Oder so. Private Burner. Okay, das wird so nix. Denk ich mir einfach mal so. Ich will ne richtige Waffe. Da. Das ist ne gute. Nicht. Du schießt in der Hände, Typ. Okay. Wo sind die denn noch? Da oben war. Da oben. Okay. Ich geh mal da weiter lang. Wir könnten einfach da bleiben, wenn ihr wollt. Aua, das tut sehr weh. Okay, ich hab jetzt auch mal ne Granate geschmissen. Ah, super. Da fliegt er da gut weg, ne? Super. So. Ich seh nicht mal, wie viel Minition ich hab. Zeig mir das jetzt nochmal an. Hm. 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 Das ist ein Hügel. Das ist blöd. Abschau. Abschau. Braus nicht mehr zu sagen. Oh. Ich muss hier rum. Ich mach da mal, ne? Ihr könnt mich eh nicht aufhalten. Ist halt eh nur NPCs. Aha. Noobs. Leer to live. Äh. Hallo. Der Weihnachtsmann ist da. Okay, ich bin nicht so fett wie er, aber... Ich bin doch noch ein ungeladener Gast. Hey. Ähm. Ähm. Nu? Das war's schon. Jo. Tatsache. Äh. Laden mal nach. Dann muss ich hier wieder raus. Da. Stürzen Sie in die Bunkel auf dem Hügel und vor uns. Ich habe hier zwei üblich. Okay. Schmeiß vor. Hallo. 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 Oh. Deutsche Schlittergranate. Deutsche Schlittergranate. Weißt du was? Ihr kriegt jetzt auch mal welche. Wat? Was kann ich denn dafür, wenn der so weit vorne steht? Wenn der bei den Enemies so weit vorne steht. Kann ich ja nichts für. Knapp. Habe ich dann den Kopf erwischt. Okay. Ich stoße mal von da aus. Da fällt er hin. Weil ich ihn voll in den Arsch geschossen habe. Ich stoße mal bei den Nase quatschen. Dabei noch ein bisschen schießen. Äh. Lade nach. Was ist jetzt da voll Schiss? Na ja. Kann ich gut verstehen. Au. Du musst so weit noch zu mir hin. Okay. Bunker, 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 Bunker. Das zwei sind noch. Genau. Pew, pew, pew. Ah, tschuldigung. Au. Hat mir einfach einer in den Rücken gestossen. Ich glaube, es hängt. Oh, ich hab den nicht erwischt. Okay. Es ist gar noch zwei hier rumgestanden. So. Einer übrig. Fuck it. Au. Ey, wie kann er mich erwischen? Okay, jetzt haben sie keinen mehr. Irgendwann gehen auch deren Mittel aus. Ich verrück den einfach mal. Habe ich hier kein Maschinengewehr oder so? Äh. Sniper. Ist irgendwie Sniper mäßig, was ich machen kann. Maschinengewehr, NG 42, auf der anderen Seite der Sandstrecke. Im Nordwesten. Der stirbt doch eigentlich, du dummes Maschinengewehr-Typ. Okay, jetzt hab ich die D3 erledigt. Jetzt müsste eigentlich keiner mehr da sein. Hallo. Ist jemand zu Hause? Spiel gespeichert. Cool. Okay, sterbt. Sterbt einfach dran. Okay, da drüben sind noch welche. Da. Okay. Jetzt geh ich Rambo-mäßig vor. Okay. Wir brauchen keine Rauchwand. Noob. Stand to play. Okay. Oh, ich wär fast gestorben. Cool nicht. Da ist einer mit NMG. Oh, finden. Wie kommt denn da noch? Wir brauchen keine Rambo-uns. Nächster Hammer. Peter Pomp, sehr krass. Okay, da ist ein Panzer. Kann ich hier rüber? Tatsächlich. Cool. Okay. Fresst ne Granate und noch eine und noch eine. Ich kann hier nicht rüber, wieso auch immer. Ich kann hier auch nicht mehr raus, wieso auch immer. So, jetzt geht's wieder. Achso. Hab ich schon erledigt. Das war ein Mäser-Team. Okay. Dann gehen wir mal rüber. Wie sie schön. Der noch drei die Köpfe rausgestreckt haben. Geil. Jetzt kann ich hier schon wieder nicht raus. Mann. Da ist es doch nur noch eins. Ein Bunker ist noch. Und das ist wahrscheinlich der Hauptbunker oder sowas. Ähnliches. Wo komm ich hier rein? Und... Bumm. Und... Bumm. Bumm. Ich geh einfach jetzt rein, ist mir wurscht. Jetzt würden sie auf einmal kommen, weißt du? Geh weg, Preyburn. Fuck, ich bin eingesperrt. Scheiß, Preyburn. Puh. Ne? Guck mal hier hoch. Ist bestimmt auch noch einer. Oder auch nicht. Granate. Her. Oh, da kommt einer gleich raus. Gehüpft. Unten gesichert. Der war ja nicht mal drin und hat gesagt, unten gesichert. Wenn du meinst. Sichern sie die Spitze des Hügels. Okay. Mach mal das. Das wende ich den scheiß Krieg gewinne. So, ein Dreck. Ach so. Musst du hier jetzt noch alle... Ja, die kommen jetzt erst, oder? Wat für Latten. Ziel erfüllt. Nun. Jetzt, also müssen wir noch machen. Okay. Nee, ist vorbei. Okay, Leute. Das war... Hier ist die Mission irgendwas mit rund. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir einen Hügel gestürmt. Das reicht schon als Information. So. Es geht dann gleich weiter. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.